Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich vor ein, ja, ein oder zwei Jahre ist es jetzt her, mag auch schon drei Jahre sein, wie ich eine sehr, sehr alte A-Burg C4 Spritzgussmaschine repariert habe, beziehungsweise restauriert habe. Das Gerät nutze ich heute sehr stark sogar. Ich fertige damit zum Beispiel verschiedene Lüftungsgitter an und auch Knöpfe für Türen etc., so Kunststoffknöpfe. Ja, alles Weitere nach dem Intro. Die A-Burg C4 Spritzgussmaschine, das war eine der ersten Spritzgussmaschinen, die es damals überhaupt gab, also eine komplette Revolution von der Firma A-Burg, die ja heute sehr stark auf dem Markt bekannt ist, mit ihren riesengewaltigen Spritzgussmaschinen. Ja, diese kleine Spritzgussmaschine wurde damals hauptsächlich benutzt, um Kabel beziehungsweise Stecker einzuspritzen. Ja, heute finden diese Maschinen nur noch selten ihre Anwendung. Also es stehen noch einige von diesen älteren Geräten in einigen sehr, sehr alten Firmen, die halt noch so Kleinteile damit produzieren. Ja, und davon habe ich mir welche geschnappt. Ich konnte also günstig drei Stück davon bekommen, habe davon zwei restauriert. Eine habe ich selbst behalten, eine habe ich einen guten Bekannten verkauft. Und ja, dann habe ich auch noch jede Menge Ersatzteile davon. Also jede Menge. Ich habe alles eigentlich für die Maschine in Mengen. Das konnte ich damals bei der Firmenauflösung alles miterwerben. Ich habe unendlich viele Spritzgusswerkzeuge mitbekommen, wo ich gar nicht weiß, wofür die alle sind. Die Dinger sind super, super schwer aus Stahl. Ja, und das, was ich damit mache, sind halt so kleine Kunststoffknöpfchen für Kunststofftüren, für 3D-Drucker und Lüftungsgitter und solche Geschichten halt. Die Werkzeuge, die fräse ich mir selbst auf meiner CNC-Fräse. Ich benutze dafür spezielle Aluminiumlegierungen, die speziell für diese Spritzgusswerkzeuge gedacht sind. Und ja, diese Werkzeuge haben dann auch automatische Auswerfer, die ich da alle mit einplane und dann mir selbst drehe und mit Federn dann einarbeite, sodass, wenn das Gerät auseinander geht, also das Werkzeug auseinander geht, dass dann automatisch die Teile, die Spritzgussteile ausgeworfen werden und somit läuft das Gerät eigentlich komplett autark, ohne dass man da eingreifen muss oder daneben stehen muss, einschalten, aufheizen, loslegen und das Ding läuft und läuft und läuft. Natürlich war ich vor drei Jahren noch nicht so weit, dass ich da High-End-Videos von gedreht habe oder super hochauflösende Bilder geschossen habe. Das war so mehr Fotos und Video für mich als Andenken, wie ich das damals gemacht habe. Aber das möchte ich euch nicht vorenthalten. Sinn und Zweck dieses Videos ist halt, dass interessierte Personen, die also sich für solche Maschinen auch interessieren und für die Restaurierung interessieren, hier sehen können, wie ich es gemacht habe, was ich da alles gemacht habe, wie das Resultat nachher aussieht und wie so eine Maschine dann nachher auch arbeitet. Aber ja, ich wollte es halt auf YouTube halt online stellen, damit dieses Video halt für alle zugänglich ist. Ja, ab geht's, viel Spaß! Hier im Bild sieht man das Untergestell, welches erstmal entrostet werden musste und die alten Füße mussten auch ausgebohrt werden. Das war alles total vergammelt. Hier ist die ganze Mechanik, wo halt die beiden Werkzeuge auseinander und wieder zusammengepresst werden. Das ist hier einmal der Trichter, wo die Bauteile nachher durchfallen. Das ist eine Schutzabdeckung, um die ganze Mechanik da, diese Scherenmechanik zu schützen, dass man die Finger nicht dazwischen kriegt. Einmal das Heizelement mit der Düse, also dem Extruder, Abdecker bis vorne. Alles schön abgeschliffen. Auch die ganze Maschine abgeschliffen und schön abgeklebt. Sämtliche Kunststoffteile habe ich nachher auch erneuert. Hier nochmal ein Bild von dem Extruder selbst mit der Düse unten. Hier kommt dann schon etwas Farbe ins Spiel. Schön in Silber gehalten. Neue Schwerlastfüße untergeschraubt. Sieht auch soweit schon mal ganz gut aus. Auch hier schon die ersten Teile. Schön lackiert. Mit Hammerschlag-Optik. Passend zur Maschine halt. Auch die Maschine selbst in einem schönen Grün lackiert. Und ein bisschen Silber, darf auch nicht füllen. Die Platte hinten. Man kann die ganze Maschine schwenken. Die habe ich auch schön abgeschliffen. Dass alles wieder schön glänzt. Wie man hier auch auf dem Bild sehen kann. Sie ist eigentlich wieder sehr gut geworden. Also mir gefällt das Ergebnis wirklich sehr, sehr gut. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Von dem Werkzeug mit den Auswerfern. Der eingebauten Düse. Ja, hier oben ist auch alles neu. Da kommt nachher das Einzelgranulat hinten durch diese kleine Klappe. Hier ist der Trichter und die Schutzabdeckung. Auch in einem schönen Grün lackiert. Nochmal die Schutzabdeckung selbst. Hier habe ich schon die ersten Hydraulik-Sachen wieder montiert. Was fehlt sind natürlich noch die beiden Ablagen. Die habe ich nicht aus Holz gefräst. Rechts und links. Auch hier alles wieder schön sauber montiert. Und gereinigt natürlich. Wie gesagt, hier hinten fällt das Granulat nachher in den Trichter rein. Und wird dann mit richtig Druck nach unten gepresst. Das Schild habe ich mit einem CO2-Laser gemacht. Das alte war total vergammelt. Ist ein neues Alu-Schild geworden. Und natürlich auch gleich an der Maschine befestigt. Sieht aus, als wenn es so muss und nie anders gewesen ist. Ja, vorne die Scheibe. Die habe ich auch selbst gemacht. Die habe ich dann auch gelasert und gebogen. Hier haben wir schon wieder ein bisschen mehr zusammengesetzt. Sieht auch alles wieder sehr schön sauber aus. Natürlich auch alles schön eingeölt. Den Temperaturregler habe ich selbst gebaut. Auch gelasert und dann mit den verschiedensten Elektroteilen bestückt. Das Teil ist original. Da stellt man ein, die Vorlaufzeit, wie lange er drücken soll, wie lange er nachlaufen soll und wann er wieder hochgehen soll. Ja, hier hinten kommt das Granulat oben rein. Das ist so eine Einfüllöffnung dafür. Ja, das Teil, dieses Gitter ist auch schön in Silber geworden. Und so sieht die Maschine jetzt komplett aus. Also mir gefällt es richtig gut. Aber diese habe ich dann an einen Kumpel verkauft. Aber ich habe ja noch eine zweite fertig gemacht, die ich dann für mich selbst behalten habe. Das wäre dann gleich auf dem nächsten Foto zu sehen. Ja, hier hinten kann man noch einstellen, wie viel Material er, also wie viel Granulat er nach vorne fördern soll nach jedem Spritzguss-Teil. Hier nochmal die Vorderseite mit ein paar Warnaufkleber. Rechts und links die Nippel für die Kühlung. Hier nochmal eine Nahaufnahme von den selbst gefrästen Werkzeugen, die ich dafür mache. Mit den Auswerfen hinten und Federn. Hier sind ein paar Spritzguss-Teile, die ich gemacht habe für 3D-Drucker. Damit dieser PTFE-Schlauch nicht immer rausfällt. Das ist so eine Sperre. Ja, und das ist die Maschine, die ich letztendlich für mich selbst behalten habe. Die arbeitet sehr, sehr viel bei mir. Und hier haben wir noch ein kleines Video. Und hier haben wir noch ein kleines Video. Ich hoffe, euch sind die Ohren nicht gerade weggeflogen. Aber ich habe absichtlich den Ton etwas runtergeschraubt, damit das nicht so krass ist. Weil der Kompressor und die Pressluft, das ist schon fies, das Geräusch. Also wie gesagt, ich habe es absichtlich etwas leiser gemacht. Damit euch, falls ihr Kopfhörer aufhabt oder irgendwas in der Richtung, nicht die Ohren wegfliegen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Und ihr hattet ein bisschen Freude und Spaß dabei, die Restauration zu verfolgen. Falls ihr Fragen dazu habt, gerne ins Kommentarfeld schreiben. Ich beantworte gerne sämtliche Fragen, soweit es mir möglich ist. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und alles Gute!